Ich müsste mal so'n Handmörser testen. Schaden um 22% erhielt, kritische Trefferchance. Um 18% erhöht. Auch nicht schlecht. Angriffsgeschwindigkeit um 18% erhöht. Boah, das ist gemein. Da ist alles ziemlich gut. Da weiß ich gar nicht, was ich mir kaufen soll. Also die Sense ist ja schon mal nicht schlecht. Und ich würde mir sagen, ich würde mir sagen... Ich bin fast dazu geneigt, mir diese Sense hier noch zu ruhen. Aber ich hätte auch gerne mal hier so'n Ding. Also das hole ich mir auf jeden Fall. Und jetzt ist die Frage... Einen Rapier? Oder eine neue Sense? Oder ein krasses Schwert? Ich bin mir nicht sicher. Schau mal, die Sense hier noch. So. Ja, schade aber auch. Ich muss das mal testen. Okay. Jetzt soll ich also zum Friedhof. Warum soll ich denn jetzt zum Friedhof? Oh, da geht's aber noch ein ganz schönes Stück hoch. Da war ich schon. Da, da, da. Hier war ich auch schon. Da war ich auch schon. Bau der Brutmutter. Ich geh mal hier rein. Denn ich würde mal jetzt gerne wissen... Wo ist das? Wo sind diese Sachen hier? Kloake, Vorratskammer. Der wispernde Bau. Ist das der Bau der Brutmutter? Ich bin mir nicht so sicher. Den Bau der Brut... Ich würde gerne mal zur Brutmutter jetzt. Brutmutter? Wo ist ich hier, ne? Bin ich hier richtig? Ja, so ein bisschen. Ja. 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 ganz nett, aber nein wie komme ich denn jetzt zur Blutmutter? ernsthaft wie komme ich da hin verdammt? wie kam ich denn da jetzt hin? gar nicht, toll gehts noch nicht also erstmal weiter geradeaus vermutlich ja, wir machen einfach mal hier überall sonst das bringt mich jetzt hier nicht so weit wow wir werden aber auch besser, habe ich das Gefühl werden die besser? die sterben ich gehe mal durch jawohl ich weiß nicht, ob das noch eine gute Idee ist jetzt bei der Blutmutter reinzuschauen aber wir schauen mal rein ok es interessiert mich Spinnen warum müssen es Spinnen sein? warum nicht? Lava Krabbler sehr gefährlich hier schauen wir mal oh da hinten, da hing einer da hingen ein paar Leichen der Gegend rum und das war jetzt einmal verschwindet die ist jetzt auch nicht unbedingt besser ich nehme mal die hier KAWUMMM hat es mich jetzt erwischt? merkt mich doch am Fuß gut, dass ich hier ein bisschen vereise oh cool nacht alter, alter gestern wow ich bin aufgestiegen fährt Pies durch ich bin aufgestiegen kommt Stufe 15 endlich endlich du hältst jede Sekunde 80 Euro drauf aber deine Attappen bauen keinen mehr auf hohe Rüstung ölt die Lebensenergie um 500 ffff hm ok oh wie sehe ich denn jetzt aus? wie sehe ich denn jetzt aus? ach komm jetzt hier hin da was ist das denn für ein fettes ekel Vieh ey wo muss ich überhaupt hin? Wegpunkt ist gar nix man hat mich in Jürgen geführt man hat mich in Jürgen geführt ich muss hier raus ich muss hier raus äh wo komm ich denn jetzt weiter? ne da geht es schon weiter aber irgendwie ich muss hier durch irgendwo äh ach hier ach hier ne auch nicht hier man warum sehe ich das denn nicht so ein paar Spinnen ausmerzen ist doch immer wieder schön so was haben wir denn hier overdrive verwenden tschuuu naja das war jetzt auch nicht so derbringer aber immer ich man ich muss den Scheiß hier genau ausweichen holy moly mach sie platt sonst bin ich gleich platt oh nein jetzt kommt auch noch der goldene der goldene Schnatz was bringt er mir? eine Knarre ein Handmörser ein neun ein Handmörser ein Handmörser ein Handmörser ich geh einfach mal weiter hier boah was ist denn hier los? ähm warte mal ich hab da keine Bomben mehr nehm wir nochmal die Feuerbomben oder? ja warte mal 10 Feuerbomben Wo ist denn die verdammte Berufmutter? Ich bin auf dem richtigen Weg? Scheint so. Ich bin zumindest nicht ganz falsch. Ach, nix, ey. Ähm, da ging es jetzt aber auch noch lang. Oh, oh. Oh, sieh nur, all diese Spinneneier. Ich frage mich, wie viele es davon wohl gibt. Lass sie uns zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Oh, guten Tag. Äh, die grünen Schmutter. Ja. So ist das also. Wo, 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 wo. Ich guck mal, was ich mir wieder abziehen kann hier. 57, 58, 59. Jetzt hab ich mich wegen dir verzählt. Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Es fifth, sechs, sechs, sieben, acht, neun, acht, neun, acht, neun, acht, neun. Wow. Jawoll. Hier kommt. 447 448 449 450 411 452 und 453 mal sehen 453 mal 8 das sind insgesamt 3624 beine beeindruckend ja danke vielen lieben dank ich hätte aber gerne alle diese sind ja nur noch welche ganz hier kann ich speichern hier kann ich mich teleporten ja wo kann ich mich denn hin teleporten und hier alles klar stufe 16 was kriegen wir jetzt rote farbe grüne farbe ach soo wir machen uns rot wo kann ich mich denn hier hin teleporten rote wieder runter nein wir gehen mal zum schloss hier war noch ein schrein guck mal den hab ich gar nicht gesehen doppelter schaden na toll hab ich nicht mal gebraucht ja aber die brutmutter mal erledigt ist doch super da freue ich mich aber gucken wir uns mal das an hier transmutatione ähm ein sehr interessanter foil von landland und man will der slot was was ein interessantes blitzgewehr was soll mich hier machen was ähm was was farbe was muss ich hier machen und vielleicht so kein gültiges rezept weiß ich doch nicht was hier ein rezept ist und was nicht SOG SOG auch kein gültiges rezept ach komm naja schade keine ahnung hm mhm und bereits ein also hier bei transportation kann man gegensteine herstellen und verbessern um einen gegensteine zu verbessern platziere ihn im oberen slot kombiniere ihn mit drei zutaten im unteren slot um einen gegensteine zu erschaffen kombiniere die zutaten im unteren slot und lasse den oberen slot frei ach ich muss im kodex nachgucken alles klar nein als basis verwenden als basis verwenden ist das nicht der kodex ist das scheinbar nicht na leck mich doch ok das ist blödsinn alles so ich hatte ihn hier ne aber der hier scheint besser zu sein ich kann sie verstehen ich kann sie sehen eine aber die 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 Vielen Dank.